Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt. Es ist echt lang her, dass wir Planet Crafter gespielt haben. Ich glaube zwei kleine Updates sind rübergegangen und ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt mal Planet Crafter. Einige gemütliche Runden. Wir haben das alte... Wir schauen mal rein, was sich getan hat. Survival, Standard, Standard, keine Ahnung, was gibt es denn schon? Entspannt, Intensiv, Hardcore. Nö, wir schauen mal gemütlich rein. Und deswegen große Schluchzahnfälle. Ja, 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 Standard. So, erstellen. Ja, wir erstellen mal. Ich denke, das ist gut. Wahnsinn, oder? So, nachdem wir die Updates nicht uns angesehen haben, gemeinsam, also ihr vielleicht, aber ja, ich eher nicht. Schauen wir jetzt gemeinsam rein und werden das gemeinsame Abenteuer erleben. Oh, ich muss erst mal wieder reinkommen. Erschaffe, die blaue Atmosphäre. Ja, ich bemühe mich. Was haben wir da drin? Super. Na gut. Early Access Version 0.6. Hey, Moment. Moment, wir brauchen ja bestimmte Sachen. Zum Beispiel das hier. Eisen. Silizium. Eisen. Die Tarn. Oh, ist das lang her, dass ich hier mit euch war? Ja. Inventar voll. Oh, Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ei, 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 ei. So, was wollen wir denn bauen? Wir wollen einen Baujib. Wir brauchen zweimal Magnesium. Wir wollen, ähm, ja, wir brauchen zwar, das brauchen wir. So, super. Und jetzt brauchen wir zweimal Magnesium. Okay, wir holen uns zweimal Magnesium. Einmal. Und zweimal. Inventar voll. Jetzt schon. Wir sind wieder da, meine Lieben. Wir werden begrüßt. Oh, wie freundlich. So, wir lassen die zwei Eisen da. Wir holen noch ein Magnesium. Was für eine freundliche Begrüßung hier. Und wir ziehen schnappern. Na, genau so erwarte ich mir das. So, einen Baujib rein. Super. Oh ja. So, und wenn wir jetzt bauen wollen. Ah, wie schön. Zwei Titan. Äh, zwei, drei Eisen. Zwei Titan. Ein Silizium. Haben wir da Silizium drin? Nö. Na, dann holen wir uns irgendwann ein Silizium. Das ist alles kein Silizium. Das ist Silizium. Hat uns der jetzt getroffen? Nur nicht ganz sicher. So, ich würde wieder da oben bauen. Weil, warum nicht? Hätte ich mal gesagt. So. Vielleicht integrieren wir diesmal ein bisschen was. An und Sauerstoff niedrig. Ja. Alles gut. So, wir fangen hier an. War nämlich auch ein Wunsch. Sauerstoff Niveau unten niedrig. Ja. Dann machen wir den hier. Ja. Und wir sind drin. So, wenn wir den auch noch bauen, hier in die Ecke, vorerst mal. Dann müsste alles passen. So, was können wir noch bauen? Eine Kiste. Eine Kiste können wir auch bauen. Wunderbar. Und hier können wir auch noch eine bauen, wenn wir noch genug Eisen haben. Das haben wir. Herrlich. Kann man eigentlich Kisten übereinander schon bauen? Du verlangst zu viel vom Spiel. Hm. So. Super. So, reinpacken, reinpacken, reinpacken. Super. Und wir laufen wieder runter. Finde ich gut. So, bevor wir das Sachen aufheben. Hallo. War noch nicht genügend Energie. Wir werden das alles hinkriegen. So, zuerst mal rein. In unsere kleine Minibüchse. So. Da packen wir das rein. Schön. Braucht nur Eisen. Gut. So, dann würde ich sagen, alles hier raus. Nein. Das machen wir noch nicht. Wohlweislich. So. So. Und jetzt schauen wir mal in die Höhle rein. Irgendwo ist da die Höhle. Entweder da oder da. Ach, wir brauchen den Abbau-Chip. Okay. Jaja, wir sind ja am Rückweg. Und ich glaube, wir sollten uns eine Sauerstoffflasche mitnehmen. Hm. Sauerstoff-Level kritisch. Oh, wie vermisse ich unser Jackpack. Wie vermisse ich unser... Es wird dunkel. Es wird dunkel. Oh mein Gott. So. Ja, na dann. So, das wären nämlich die Unterwasserkraftwerke. Und er hier. So. Was brauchen wir mit? Machen wir noch einen? Ja, wenn wir schon dabei sind. Oder? Ja, klar. Ja, super. So, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit und freuen uns einfach drüber. Nein, wir brauchen ja... Oh. Jetzt kommt schon langsam alles wieder. Wir brauchen ja, um dort reinzukommen, den da. Silizium und Magnesium. Hm. Also, na dann. Ich sage Silizium, aber da liegt zu viel am Boden. So, dann haben wir mal Magnesium. Das ist mal gut. Da ist mal Eisen. Yeah. Irgendwie liegt da wenig. So. Und jetzt zurück. Ja, ja, der Sauerstofflevel. Der böse, böse Sauerstofflevel. Es wird eng, meine Lieben. So. Das Ding brauchen wir. Was brauchen wir dafür? Zweimal Magnesium, einmal Silizium, nochmal Silizium. Ja. Nur mal nachschauen. Ein Silizium, zwei Magnesium. Gut. Das Silizium. Ja. Eines und eines noch. Da hinten findet man doch noch Magnesium. Natürlich. Wunderbar. Und rein mit uns. So. Jetzt brauchen wir uns das Lamperl. Das wird angesteckt. Da haben wir leider keinen Platz mehr. Ähm. Was brauchen wir eigentlich für das da? Eis, Magnesium. Schon wieder Magnesium. Es ist immer das Magnesium. So. Und unterwegs holen wir uns ein Magnesium. Wir nehmen das hier herumliegende. Ach, jetzt geht's schon wieder los. Genau geschafft. Super. So. Das stellen wir da einfach so in die Ecke. Wir packen das mal rein. Einfach so, wie es geht. So. Das ist gut. Dann haben wir noch das, 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 das. Da packen wir mal rein. Das und das. Ich hätte gerne Eis. Eins. Zwei. So. Und ein bisschen vom Probe halt. Vielleicht zwei Stück. Und dann wieder zurück. Und zurück. Ah, Hydrationslevel ist niedrig. Haben die das erhöht? gut gestellt. So. Den hätte ich auch gern. Zweimal Kobalt. Oh. Schauen wir mal, ob wir das nicht haben können. Moment. Moment. So. Die da rein. Was braucht man dafür? Zwei Kobalt, ein Eisen, ein Magnesium. Das haben wir doch nicht. Magnesium. Okay. Magnesium. Da liegt ja alles rum. Magnesium ist da. Wenn ich mal überlege. Was wir noch alles für Ressourcen brauchen werden. Ah, nein, oder? Na ja. Ja. Viel, meine Lieben. Viel. Ich wollte das auch in die Höhle rein. Haben wir jetzt? Zwei Magnesium. Drei Magnesium haben wir. Das ist gut. Hat das noch mit? Ja, ja. Ah. So. Ich will den. Oh, nochmal Titan. Haben wir Titan? Nö. So, was brauchen wir dafür? Silizium, Magnesium und Titan. Komm, ich leg mal. Silizium, Magnesium und Titan. Silizium, Magnesium und Titan. Schön. So. Nein. So. Ist doch gut. So. Jetzt laufen wir noch gemeinsam runter. Und werden ein paar Ressourcen holen. Bringen die oben ein. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir wieder da sind. Ja. Schreibt mir, wer damit ebenfalls so viel Freude hat, dass wir das wieder mal ansehen und schauen, wie weit wir kommen. Mein Gedanke war natürlich, dass wir es von vorne nochmal beginnen, dass wir das ganze Abenteuer nochmal erleben. Ich bin echt gespannt. Ich habe nur gehört, es gibt jetzt irgendwelche Insekten. Gibt es schon Fische? Ich weiß es nicht genau. Inventar voll. Okay. So. Ah, schön. Da gibt es noch Essen und so weiter. Super. So, das Teil hier. Da ist alles gut. Dann würde ich sagen, ähm, nö, wir bringen das rauf. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, meine Lieben. Ja. Ja. Ich hätte gesagt, wir bauen hier draußen, können wir eigentlich noch eins bauen. Oder für Titan. Okay, suchen wir mal. Wir brauchen ein Titan. So, dann würde ich die gerne mit euch heute noch bauen, die Teile hier. Sauerstoff. Na bitte. Sauerstoff. Dankeschön. Sauerstoff. Oh, sieht die anders aus? Die wirkt irgendwie... Feiner. Interessant. Okay. So, dann haben wir den hier. Oh, schade. Da können wir den auch nicht anbringen. Ah, gut. So. Ein wenig Sauerstoff. Ein wenig Sauerstoff. Ein wenig Sauerstoff. So, und der auch ganz wichtig. Den drehen wir da ein bisschen. Später werden wir den natürlich woanders hinstellen. Die bekommen einen eigenen Platz am Schreibtisch. So, wir sind hier. Luftdruck, wärme, Sauerstoff. Yeah. Als nächstes die Innenleiter. Oh, yeah. Na da. Da haben wir aber gewonnen mit der Innenleiter. Das, das, das... Mit der Innenleiter geht's auch weiter. So, so, so. Ah. Eisen kommt da wieder rein. Dann hätte ich hier... Alles nicht Eisen. Wunderbar. Super. Aber doch. So, dann würde ich heute mit euch gerne noch in die Höhle. Wir haben, glaube ich, alles dabei. Jetzt gehen wir in die Höhle und schauen mal. Ich muss mal was Schönes finden. Ich glaube, es ist wesentlich mehr geworden rund ums Thema Meteorien, oder? Also, es wirkt schon so. So, jetzt müssen wir nur die geeignete Wand hier finden. Da, zum Beispiel. Da ist er. Ihr habt mich zum Sterben hierher geschickt. Ja, schaut an. Seid verflucht, Sentinel Corp. Wow. Okay. Okay. Oh ja, Stoff. So, wir packen das mal. Moment. Wollen wir das rauspacken? So, haben wir gleich ein bisschen mehr Platz für... Wie wäre es mit dem hier? Und wie wäre es mit... Ja, was weiß ich mit dem hier? So, Inventar ist voll. Wir laufen nochmal und holen den Rest ab. Aber es kann auf jeden Fall einem nicht schaden, dass wir das jetzt gefunden haben. Epipura. So, vielleicht müssen wir noch eine Kiste mehr bauen. Oder zwei. Erschärfe Himmel. Achso, blauen Himmel. Ja. Werden wir machen. Hier steht ein Bildschirmfortschritt. Den haben wir doch. Naja. Okay. Was? Was ist das für eine Indien-Dekoration? Widerlich. So. Können wir noch eine Kiste bauen. So, da geben wir die seltsamen Sachen rein. Super. Das ist auch seltsam. So, dann haben wir hier... Hallo? Egal. So. Oh ja. So. Nö, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Oder? Nö. So, wir brauchen noch einen. Ein Eisenstückchen. Für noch eine weitere Kiste. Ich weiß, die werden wir noch alle ordentlich sortieren und aufstellen. Ja. Ja. Da kommt das rein. Und jetzt laufen wir noch mal, damit wir alles schön abholen können. Damit Schaudans Erbe bei uns in richtigen Händen ist. So, ja, für die Leute, die sich fragen, wie lang machen wir das? Was machen wir alles? Also, auf jeden Fall. Mein Gedanke, abgesehen davon, es kommt ein Update davor. Auf jeden Fall. Bis... Würde ich mal sagen, bis Weihnachten. Ja. 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 Damit wir da auch weiterkommen und so. So. Ups. Wie viel Platz haben wir noch? Fünf. Gut. Und einer noch. Wie wär's mit dem hier? So. Super. Ah, täglich. Gleiche Zeit. Das wär der Plan. Das ist der Plan. Es wäre nicht nur. Es ist. So. Sauerstoffkritisch. Ja, das ist okay. So. Wollte ich noch? Ich wollte noch. Ich wollte noch. Genau. Magnesium. Ha. So, ich brauch drei Magnesium. Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir da wieder kein Magnesium drin. Aber egal. So. Und zwar... Oh, drei Eis. Wie komm ich auf... Ach so. Okay. So. Drei Eis. Eis. Hier. Eis. Eis. Oh. Nein, ich lasse mich nicht ablenken. Ich werde da voll schade. Haben wir eigentlich schon... Titan fehlt. Titan fehlt. So. Einmal Titan. Zweimal Titan. Und ein Eisen. Yeah. Ah, shit. So. Wir brauchen... Drei Eisen. Drei Titan. Das braucht man nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So. Eisen. Dreimal Eisen. Eins zu drei. Ja. Jetzt können wir drei von denen bauen. So. Wir stellen mal ein... Zwei. Zwei. Und... Und ehrlich gesagt, ich würde den gerne entfernen. So. Und einfach daneben stellen. So. Ist jetzt null. Es bewegt sich gar nichts. Gut. Gelungen. So. Das kommt da rein. So. Eins. Eins. Zwei. Drei. Super, oder? Oh, ist das schön. finde ich gut finde ich gut so jetzt holen wir noch ja ich weiß abholen 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 aber aus der kapsel da unten erste folge ist ein bisschen länger aus der kapsel da unten holen wir uns jetzt noch den rest aus der kiste die da unten steht auch wichtig für uns so und ansonsten sehen wir uns morgen 20.15 ist das laut das heißt wir machen täglich bis weihnachten 20.15 täglich bis weihnachten wahnsinn oder super viel war da echt nicht mehr drin ja dann können wir während wir nach oben laufen einfach noch mehr ressourcen mitnehmen oh je da sind wir gleich voll viel platz ist wirklich immer da so und dann schauen wir wie weit wir in der nächsten folge kommen was wir da schönes machen schönes planen freue ich mich echt schon die eine oder andere goldene kiste aber wie gesagt wir werden nichts auf druck hier machen und alles was gebaut wird ihr kennt es auf meinem kanal ausschließlich gemeinsam gebaut ich habe nichts so es wird nicht so vorbereitet nachdem ich habe da dieses gebäude sieht mal nein alles ausschließlich gemeinsam so machen wir noch mal so als windpark haben wir noch jetzt aber kein oja ein eisenbär noch da das liegt im schatten der große titanblock da das geht nicht schön freue ich mich meine lieben ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dann tschüss bis dann